Wir beginnen diese erste Sendung des neuen Jahres mit einem Personalabgang. Sabine Harnach, die bisherige Vermarktungschefin der Kronenzeitung, wird das Unternehmen verlassen. Ihre Agenten werden vorerst auf die vier Branchenverkaufsleiter aufgeteilt. Grund für die nicht ganz überraschende Entscheidung sind unterschiedliche Auffassungen zwischen ihr und Gerhard Riedler, wie Harnach gegenüber dem Horizont erklärt. Riedler sitzt seit einem Jahr für die Kronenzeitung in der Geschäftsführung der Mediaprint. Laut Insidern ist es nun mehr als fraglich, ob Harnachsposten in Zukunft überhaupt wieder besetzt wird.